Die Qualität der Raumluft spielt eine außerordentlich wichtige Rolle für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen, die sich in diesen Räumen aufhalten. Besonders im Zuge der Pandemie ist die Qualität der Luft in Innenräumen in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Klimaanlagen, Belüftungs- und Filtersysteme erfüllen nicht immer die Anforderungen, um die erforderliche gesundheitliche Unbedenklichkeit in gewerblichen und privaten Umgebungen zu gewährleisten. Während mechanische Filter die Vermehrung von biologischen Substanzen sogar begünstigen können, hält der Luftreiniger SkySafe mit seinem elektronischen Filter wirksam Partikel, Fasern und biologische Substanzen auf. Auch kleinste luftgetragene Partikel von Feinstaub und sogar Bakterien, Pilze, Schimmelpilze und Viren bis zu einem Durchmesser von 0,1 Mikrometer. Im elektronischen Luftfilter Crystal werden die schwebenden Partikel vom Luftstrom transportiert und haften an Kollektorplatten, die sich entlang des durchquerten Raums verteilen. Das Ganze passiert für den Nutzer nahezu unspürbar. Durch die Bauweise als Deckenkassette wird bei fachgerechter Auslegung trotz hoher Volumenströme unangenehme Zugluft weitgehend vermieden. Vor allem, weil die Zugrichtung nach allen vier Seiten manuell präzise auf das Umfeld eingestellt werden kann. Mit einem Schalldruckpegel von unter 40 Dezibel bei mittlerer Drehzahl sind die Abonia Luftreiniger kaum zu hören. SkySafe benötigt nur einen Stromanschluss und hat eine sehr geringe Leistungsaufnahme. Der eingebaute elektronische Filter lässt sich beliebig oft waschen und wiederverwenden. Somit ist der SkySafe Luftreiniger einfach und kostengünstig zu warten. Der Luftreiniger SkySafe kommt überall dort zum Einsatz, wo bestehende Anlagen nicht verändert werden können, um die Luftqualität in der Umgebung zu verbessern und luftgetragene Krankheitserreger zu reduzieren. SkySafe ergänzt zum Beispiel bestehende Klimaanlagen, deren Filterkapazität für kleinere Feinstaubpartikel nicht ausreicht, erreicht so eine sehr hohe Umgebungsluftqualität und verringert gleichzeitig das Risiko der Verbreitung von Krankheitserregern an andere Personen im Raum. Für ein sicheres Gefühl der Abonia Luftreiniger SkySafe.